die dhv news vom 24 dezember 2021 buschmann jetzt nicht entkriminalisierung über bundesländer herzlich willkommen bei den dhv news und herzlichen glückwunsch zu weihnachten zwei kleine video tipps habe ich wie so oft am anfang hier einmal der live stream von letzter woche mit winds and der grower community ist jetzt online zwei stunden lang über das vergangene das zukünftige das hier und jetzt und vor allen dingen mit schwerpunkt mögliche detailregelungen einer zukünftigen legalen eigenanbau gesetzes geschichte war ich jetzt im kasus ein bisschen durcheinander also details des eigenanbaus war der schwerpunkt aber natürlich auch alles mögliche andere rundherum wir hatten zwei stunden zeit und die leute haben das gefeiert warum auch immer ja wer lust hat sich zwei stunden um die ohren zu hauen oder ein teil davon das auf jeden fall ist online und der andere video hinweis ist von drug reporter auf englischen interview was ich gemacht habe zum thema was jetzt hier in deutschland los ist das ist was für leute einer hat da kommentiert er guckt immer meine videos aber kann ja gar nicht so richtig deutsch und deswegen fand er super also für solche leute ja ist das video gut alles in der video beschreibung nächste woche keine news muss ich sagen wegen feiertagen und da müsste darben aber dafür gibt es einen live stream ein tag vorher am 30 donnerstag da machen wir ein jahresrückblick tradition der letzten jahre viele können sich wahrscheinlich daran erinnern wo wir nochmal die ganzen themen durchgehen was so passiert ist auf internationaler ebene aber natürlich auch in deutschland besonders spannend diesmal ein bisschen ausblick vielleicht noch aufs nächste jahr und spendengala dabei vor allen dingen ja wir werden wieder live ticker haben live counter also alle spenden die über youtube reinkommen soweit ich weiß vor allem paypal eben das sowieso der größere batzen die zählen wir live mit dem counter und blenden das mal ein und so weiter da können wir alle zusammen hier waren sie nicht mitfiebern und so wird doll auch inhaltlich sicherlich nicht verkehrt zu gucken spendenaktion letzter hinweis im vorgeplänkel spendenstand ist jetzt gerade 71 168 euro von 2773 spendern wir haben 48 prozent erreicht und ungefähr 48 prozent der zeit ist rum also wir sind im lot aber auch nicht drüber insofern ja nächste woche keine news ich kann nicht aufrufen dann müsst euch selber aufrufen wenn das vergessen hat nächste woche also wir brauchen weiter euren support ja sonst wird das schwierig mit unserem spenden ziel hier so jetzt weiter zum herrn buschmann ich habe noch ein paar mehr politiker zitate gefunden ja kommen jetzt ein paar videoschnipsel es gibt auch noch welche von der cdu front ja die haben ja gerade ihren vorsitzenden gewählt einer der kandidaten der herr braun aus dem kanzleramt hat was zu cannabis gesagt und auch der neue vorsitzende friedrich merz hat was zu cannabis gesagt aber das lassen wir jetzt mal sein hier die sind jetzt nicht mehr so wichtig diese leute da in der opposition und die sind sowieso alle gegen cannabis ja da hätte ich jetzt eingespielt cdu ist gegen cannabis naja okay wisst ihr eh geschenkt cdu weiterhin abwählen die haben wir noch nicht begriffen wichtiger ist das statement von marco buschmann unser neuer bundesjustizminister von der fdp ins rennen geschickt und er ist deshalb wichtig weil er einer der beteiligten minister ist die dann das neue gesetz zusammenschrauben müssen ich habe hier schon erwähnt dass etliche ministerien damit daran beteiligt sein werden dass das auch deswegen kompliziert wird und ein bisschen dauern wird bis die stellungnahmen abgegeben haben die ministerien und das fehlerführend gesundheitsminister lautabach zuständig sein wird das hat buschmann im interview alles genau so bestätigt und auch dass das nicht schnell gehen wird auf die frage nach dem zeitplan kam man erst mal alle möglichen allgemeinen argumente warum überhaupt legalisiert werden soll da dachte ich schon jetzt kommt keine antwort mehr auf die eigentliche frage aber dann sagt er doch noch was zum zeitplan erster ausschnitt ich kann da jetzt noch keinen genauen zeitplan sagen und zwar aus einem grund nicht weil ich was verzögern möchte aber ich glaube jeder versteht dass wir im moment sehr uns auf die bekämpfung der pandemie konzentrieren dass wir jetzt erstmal alles dafür tun dass die fünfte welle so flach wie möglich bleibt ja die moderatorin fragt nach und was alle wissen wollen wahrscheinlich sie zugeschmissen worden mit der frage da in ihrem forum das sind ja zuschauer fragen wenn denn jetzt die legalisierung noch so lange hin ist bis dann irgendwann mal die fachgeschäfte da sind und eben auch hat mit den mit der konsumentenverfolgung dann abgeschafft ist ob denn dann nicht schon mal die entkriminalisierung der konsumenten vorgezogen werden kann weil das ja einfacher ist ja die große frage die im moment alle wälzen seine antwort darauf ist folgende na ja dazu zur sogenannten depönalisierung also beispielsweise auch zur einstellung bei geringen mengen da gibt es ja in vielen bundesländern auch schon programme für also es ist jetzt nicht so dass das jetzt völlig unmöglich ist ja das allerdings eine formulierung die zeigt dass der herr buschmann jetzt nicht gerade ein ausgesprochener drogenpolitiker ist ja sehr schwammige aussage entpenalisierung heißt sowas wie wird nicht bestraft ja aber was soll das jetzt bedeuten ja was will er jetzt damit sagen will er will er damit sagen dass jetzt wir trotzdem weiter strafverfahren eröffnen dass die gar nichts machen wollen vor der legalisierung bevor wir den markt regulieren vernünftig dass die bis dahin den besitz eines krümels weiterhin straftat sein lassen wollen oder will er sagen dass hat man die bundesländer regeln sollen und dass die das auf bundesebene nicht machen oder wahrscheinlich will einfach nur sagen er hat noch gar keine ahnung wie er das machen soll aber er guckt dann mal irgendwann ich nehme an dass darauf raus läuft ja das kann ja jedenfalls nicht angehen dass ja unser thema deswegen fragen ja auch alle ja hunderttausende strafverfahren pro jahr 83 prozent gegen konsumenten soll dazu weitergehen noch zwei jahre das kann ja wohl nicht sein naja das war seine antwort ja aber wenn es dann noch mal ums bild besonders schnelle handeln geht ja da kann man noch mal bestätigen hier letzter ausschnitt aber wenn ich im moment äh unseren gesundheitsminister der für das betäubungsmittelgesetz ja zuständig ist darauf anspreche dann sagt er mir natürlich das ist ein wichtiges thema ich werde mich darum kümmern aber nicht jetzt genau was das konkret bedeuten kann was er da gesagt hat der gute herr buschmann das zeigen nämlich die linken in brandenburg die haben jetzt gerade einen antrag eingebracht in den landtag in brandenburg dass die konsumenten entkriminalisiert werden sollen dass man die möglichkeiten da auf landesebene ausschöpfen soll konkret haben die beantragt dass bis sechs gramm cannabis die strafverfahren immer eingestellt werden müssen und bis 15 gramm können das bis sechs gramm immer eingestellt wird ist in brandenburg bisher nicht so ja die haben da so eine ermessens schwammige spielraum geschichte die stadtanwälte können einstellen wenn sie lust ungefähr ne also auf jeden fall eine verbesserung aber es ist bleibt zum beispiel hinter dem zurück was in berlin schon realität ist nämlich immer einstellen bis zehn gramm und dann ermessen spielraum bis 15 ja da ist dieser antrag noch dahinter geblieben die abgeordnete marlen block erklärt den antrag bei der einbringung im landtag da kommen ein paar ausschnitte hier der erste ich möchte meine rede ausnahmsweise nicht mit einem dank beenden voranstellen ich möchte mich bei all denen bedanken die sich in den vielen jahren für die legalisierung von cannabis eingesetzt haben und immer noch für die entkriminalisierung streiten menschen menschen wie der richter am amtsgericht bernau andreas müller die organisation lieb der handverband und viele mitstreiter innen und patientinnen konsumentinnen und kolleginnen in vielen verschiedenen parteien dank eures jahrelangen einsatzes ist nun eine legalisierung in greifbarer nähe die hat dhv gesagt der handverband habt da gesehen unsere arbeit bringt was ja wird in den parlamenten thematisiert nächstes ausschnitt der handverband geht monatlich von deutschlandweit 15.000 delikten aus und die muss ja jemand bearbeiten das sind polizist innen staatsanwältinnen richter innen soziale dienste und wir hören hier genug von überlastung und fehlenden kapazitäten an anderen stellen was könnte man mit den freien ressourcen alles tun hasskriminalität wirksamer bekämpfen wirtschaftskriminalität besser verfolgen und den kampf gegen die organisierte kriminalität wirksamer führen habt ihr gehört ja handverband schon wieder ja jetzt spenden unsere arbeit wirkt ja eure spenden wirken ins parlament rein herrlich aber ist genug mit handverband an der stelle jetzt nächstes zitat aber es scheint der gedanke vorzuherrschen was geht uns das in brandenburg an können wir nicht einfach warten bis die regelungen im bund getroffen werden wir sagen nein die kriminalisierung von cannabiskonsument innen muss auch mit den landesrechtlichen mitteln sofort beendet werden ja das ist ja keine blöde idee ja wenn jetzt die bundesländer schon mal ihre möglichkeiten ausschöpfen die sie haben zur entkriminalisierung der konsumenten findet bestimmt auch der buschmann gut aber ja dazu noch ein letztes zitat wir können nicht noch monate oder wie ich befürchte jahre warten bis auf bundesebene regelungen zur vorläufigen entkriminalisierung oder zur umsetzung der geplanten legalisierung erlassen werden es ist niemandem zu vermitteln dass wir zwar klar für die legalisierung sind und dann zulassen dass wir konsumentinnen und nur um die geht es hier noch jahre verfolgen und wirksame maßnahmen zum jugendschutz nicht ergreifen menschen dürfen auch in brandenburg nicht weiter bestraft werden für etwas dass wir nicht mehr für strafwürdig halten ja dann liebe landespolitiker in ganz deutschland von oben bis unten schöpft eure möglichkeiten aus ja sicherlich nicht verkehrt da kann man schon mal ein bisschen was machen und vor allen dingen können diese geschichten mit der geringen menge schnell umgesetzt werden per verordnung ist keine gesetzänderung auf landesebene nicht das geht rucki zucki wenn sich alle einig sind aber das ist keine lösung muss man auch dazu sagen in vielen bundesländern hockt ja sowieso die cdu in der regierung die sind ja eh nicht dafür und die werden das jetzt auch nicht machen weil die ampel irgendwann cannabis legalisieren will aber nicht jetzt kann sich auch nicht vorstellen dass der csu söder ministerpräsident in bayern hockt und sagt doch der olaf will in fünf jahren hier ein geschäft eröffnen in münchen kann nichts gegen machen also sag ich jetzt schon mal gleich wir lassen die kiffer laufen ja das ist schwer vorstellbar das heißt auch egal ob sie es machen oder nicht es wird immer weiter strafverfahren geben der besitz des geringsten krümels ist eine straftat wird zur anzeige gebracht und irgendwann gnädigerweise werden dann die staatsanwälte die strafverfahren einstellen das kann nicht die lösung sein zumal das ja auch weiterhin die polizei mit hunderttausenden strafverfahren sinnlos belastet also liebe ampel ja das ist euer ding ihr müsst das jetzt regeln auch vor der großen legalisierung dann nicht im kleinen kleinen der bundesländer zu verharren und denen dazu überlassen ins betäubungsmittelgesetz muss reingeschrieben werden der besitz einer geringen menge zum eigenverbrauch ist nicht strafbar das ist dann keine straftat mehr ist vollkommen legal und die leute werden in ruhe gelassen die polizei muss nichts machen wunderbar dann sind alle happy und das ist nach wie vor die erwartung die ersten 100 tage bitte ja um das umzusetzen muss nicht vor weihnachten sein dass sich einer das nicht gehabt aber dann schon schluss mit krimi das passt doch an der stelle hervorragend unser leitspruch schluss mit krimi jetzt ist wirklich zeit wie viel gramm das dann genau sind im ersten schritt die man da legal mit sich rumschleppen kann da können wir dann noch mal drüber reden ja da das hält nicht so genau legaler besitz von geringen menge wäre auf jeden fall schon mal super bis zur wahl jetzt wo dieser spektakuläre beschluss kam zur legalisierung waren ja kommunale modellprojekte zur cannabis abgabe das große ding ja das größte wurf der diskutiert wurde in deutschland und ja auch eine gute sache dass eben erste parlamente legalisierungs legalisierungswunsch haben eine mehrheit dafür da war aber eben das beste was die städte machen konnten so ein modellprojekt ist zwei von denen wurden bisher vom bfam abgelehnt die zuständige bundesbehörde vor vielen jahren im bereich friedrichshain-kreuzberg in diesem bezirk von berlin und ein antrag von münster das waren die zwei in diesem jahr tausend zumindest ja in 90ern wurde schon mal ein antrag abgelehnt aus schleswig-holstein so und berlin hat auch einen antrag gestellt ist vom bfam auch abgelehnt worden der dritte aber das noch nicht vorbei berlin hat widerspruch eingelegt und dann als erstes statt geklagt deswegen unter anderem ist es eben nach wie vor thema das verfahren steht noch aus und das ist jetzt eigentlich natürlich kommt jedem bedeutungslos vor ja erzählen die alle was erzählt jetzt da von modellprojekten das stimmt auch wenn die legalisierung kommt hat sich das thema modellprojekte erledigt und wir brauchen die eigentlich auch nicht hat gibt genug erkenntnisse dass die legalisierung viel sinnvoller ist als alles andere und es vielleicht aber auch nicht schlechten plan b zu haben ja wie gesagt es ist noch nicht sicher mit der legalisierung da kann noch alles mögliche dazwischen kommen und mit diesem plänen ja gerade das berlin da dran bleibt das auch im neuen koalitionsvertrag hier berlin hat ja auch eine neue landesregierung jetzt da steht es auch noch mal drin die wollen das weiter verfolgen und jetzt nicht einfach irgendwie liegen lassen als plan b sozusagen nicht verkehrt aber was eben auch noch dazu kommt ist dass berlin diesen antrag gar nicht veröffentlicht hat damals als einzige stadt alle anderen waren sofort bekannt nachdem die gestellt wurden berlin nicht und dann haben wir das per informationsfreiheitsgesetz rausgeholt sozusagen aus der berliner verwaltung da gibt es eine schöne seite fragt den staat wo man eine anfrage machen kann wo die alles gleich richtig formulieren per e mail abschicken und so geht alles automatisch fast und zack hatten wir diesen antrag aus berlin ist auch schon ein bisschen länger her das liegt seitdem rum weil immer was wichtigeres zu tun war aber jetzt haben wir uns das genauer angeschaut und die details aus diesem antrag erstmals veröffentlicht auch eben den antrag selbst auch können sehen auf der seite also nehmt das ganze hier als gruß aus vergangenen zeiten der hoffentlich nicht mehr relevant wird trotzdem interessant was damals so besprochen wurde ja wir haben auch noch mehr dokumente weil auch micha greift der langjährige cannabis aktivist und träger unseres preises des hanf adlers als aktivist und ortsgruppensprecher lange jahre auch in zur gleichen zeit eigentlich eine anfrage nach informationsfreiheitsgesetz gemacht hat und dabei noch weitere dokumente rausgepresst hat also die widerspruchs begründung die wieder der ablehnung des bfam und so dieses hin und her von wegen einspruch und gegen bescheid und so weiter ist können alles angucken auf unserer seite und konkret steht in diesem antrag drin die eckpunkte davon es soll zwei gruppen geben 349 personen eine davon in berlin cannabis konsumenten allesamt sowieso die in berlin sollen legal versorgt werden mit cannabis und die in hamburg nicht die anderen 349 in hamburg ebenfalls ähnliche großstadt verhältnisse damit hat möglichst vergleichbar ist aber die müssen ihr cannabis weiterhin vom schwarzmarkt beziehen und diese beiden gruppen sollen regelmäßig befragt werden um zu gucken inwiefern jetzt die risiken des konsums durch einen regulierten handel verringert werden können ja das ist im grunde so grob der tenor der da rausgefunden werden soll was positiv ist an der sache soll nur zwölf monate laufen also jetzt nicht drei jahre lang irgendwie und ewig ewig die die debatte verzögern ja von wegen okay wir machen jetzt mal fünf jahre nix und gucken was der versuch da ergibt sondern zwölf monate ist recht überschaubar aber es werden eben nur 349 menschen die cannabis kriegen und ich sehe euch jetzt alle aufregen da zu hause vom sofa springen und schreien das kann ja wohl nicht wahr sein 349 leute soll ein witz sein ja ja aber das ist eben das was uns droht wenn wir jetzt die legalisierung nicht durchsetzen dann sind wir wieder mit solchen kleinen schrittchen unterwegs und es ist gut dass wir die haben und besser als gar keine schrittchen ja aber ihr regt euch zu recht auf ja das wird euch nur nicht nur aufregen sondern muss weiterhin aktiv bleiben für die legalisierung dem dhv spenden und so weiter damit wir das jetzt hinkriegen und nicht am ende dann doch diesen gruß aus der vergangenheit wieder aus der schublade holen müssen mehr als 349 leute sind auch kaum durchsetzbar weil man mehr nicht braucht für ein statistisch signifikantes ergebnis und die wollten ja diesmal klagen das war von vornherein klar das heißt sie mussten auch ein setting aufbauen darf versuchsmäßig das wirklich auch wissenschaftlich begründet werden kann und wenn die wenn berlin jetzt gesagt hätte wir nehmen da 100.000 einwohner mit ins programm ja dann hätte befam sagen können das ist kein wissenschaftliches projekt das ist legalisierung ungefähr deswegen ging das nicht und was auch nicht so schön ist mir nicht so gut gefällt die das kann ja bis sollen apotheken abgegeben werden das war wohl der einfachheit geschuldet weil da sowieso schon cannabis ist sozusagen ja dann war ja auch die debatte möglichst schnell die shops umzusetzen ja wenn man halt apotheken die haben das ja eh schon die können das ja aber das haben die haben halt eigentlich nichts damit zu tun mit abgabe von genussmitteln insofern ist dann auch so ein bisschen so ein workaround und nicht die optimale lösung naja nicht unser großer traum weder beim handverband noch bei euch da draußen sicherlich aber weitermachen mit der legalisierung sonst haben wir modellprojekt die polizei ist ja auch ein problem in dieser ganzen geschichte nicht nur im alltag der handfreunde ist die polizei ein problem sondern diese ganzen cannabis debatte in den medien ich sage immer gerne der größte gegenspieler ist eigentlich die polizei und nicht irgendwelche pharma lobbies oder so und gerade die vertreter der polizei gewerkschaften die lassen sich immer gerne mit komplett sinnlosen wortfetzen irgendwie zitieren die teilweise auch wirklich interessant sind was die sich da überlegen wie die für die für das verbot argumentieren und ein beispiel bringe ich euch hier mal kurz ähm von reiner reiner wendt der ist der vorsitzende der depolg deutsche polizei gewerkschaft und quasi der sinnlose weltmeister und der zitat kommt aus einem schwedischen tv beitrag über die legalisierung in deutschland ich komme da auch drin vor aber wendt ist besser an der stelle und den zeige ich euch und der jugendschutz funktioniert jetzt schon nicht wie wir an vielen stellen leider sehen ja jugendschutz funktioniert nicht auf einem schwarzmarkt ja dann dürfen auf gar keinen fall was anderes machen sondern das muss so bleiben das ist eine super logik immer wieder schön tolles argument eigentlich für die legalisierung dass der jugendschutz auf dem schwarzmarkt nicht funktioniert aber ja ich hoffe das verstehen viele leute andererseits so ein einzelner satz im tv der raus stand doch schnell an einem vorbei und unser einer denkt sich dann so was hat er gerade gesagt war das nicht total sinnlos und dann ist es aber zwei sekunden hat man später wieder vergessen und die oma erner sagt oh der polizist ist gegen legalisierung mehr werden viele wahrscheinlich gar nicht denken dabei aber da wer das eben so flüchtig ist diese kleinen tv ausschnitte hat jetzt die gdp gewerkschaft der polizei beziehungsweise konkret die abteilung zoll und bundespolizei von denen haben sich wohl gedacht wir müssen diesen geballten unsinn jetzt noch mal schön schriftlich als stellungnahme zusammenfassen damit auch jeder nachvollziehen kann dass es komplett unlogisch ist das ganze das haben sie gut hinbekommen ja das ist so schön so ein statement irgendwie da wird schon ein bisschen jetzt daraus vorlesen ja müssen ein bisschen geduld haben sozusagen leider keine video-o-töne davon aber ist wirklich zu schön link in der video beschreibung da könnt ihr euch das ganze ding noch mal angucken und es geht erstmal los beschreibung mal kurz zusammen in einer persönlichen story von einem frank buckenhofer das der vorsitzende von der abteilung polizei zoll in der gdp der ist in den 90er jahren hängen geblieben und hat da schon kiffer an der holandischen grenze gejagt die dann eben drüben in den coffeeshops waren und dann geht es weiter das problem war allerdings schon damals dass dem legalen verkauf der konsumeinheiten über die ladentheke in den benachbarten niederlanden ein schwunghafter illegaler versorgungsmarkt der erlaubten abgabestellen zugrunde lag der sich im laufe der jahre zu einem gefährlichen tummelfeld der organisierten kriminalität entwickelt hat der auch zum zweck der versorgung der legal verkäufe an die kleinen konsumenten und zur sicherung seiner gigantischen drogengewinne brutale bandenkriege vom zaun brach deren protagonisten auch von mord totschlag folter erpressung und raub nicht zurückschreckten also monstersätze formulieren könnte schon mal super das beispiel holland ist natürlich das bringen die immer wieder man hört gerade ständig zitate von irgendwelchen polizeivertretern die auf holland verweisen wie schrecklich die legalisierung wäre da würden sich nur noch mord und totschlag ja durch legalisierung und das natürlich kompletter blödsinn weil in den niederlanden ist cannabis ja gar nicht legalisiert ja das wissen die ja auch nur die abgabe in den shops wird geduldet aber alles was dahinter steckt großhandel anbau import und so weiter das ist halt genauso exklusiv illegalen strukturen überlassen wie bei uns und die tun ja auch gleichzeitig so im prinzip als wenn wir jetzt nicht irgendwelche probleme mit rocker gangs und clans hätten und so weiter die wir auch mästen mit neben der illegalisierung die sich da dumm und dämlich verdienen und als wäre das nur in holland der fall aber hat eben auch überhaupt nichts mit der legalisierung da zu tun und das kann man hier schön nachvollziehen weil wie ich das gerade vorgelesen habe ja wenn man diesen monstersatz ein paar mal liest dann merkt man ja sagt hat ja selber also im grunde ist das problem mit den kriminellen liegt ja daran dass eben in der hintertür der coffeeshops eben illegal strukturen sind und gleichzeitig sagte aber auch ja soll nicht legalisiert werden deswegen das ist komplett sinnlos da könnte man vielleicht noch die die behauptung rauslesen dass durch die coffeeshops der konsum gestiegen ist und deswegen mehr kriminelle daran verdienen was ja auch nicht der fall ja da gehen sie aber gar nicht darauf ein auf die konsum statistiken der konsum ist ja gar nicht höher als sonst in europa großartig in niederlanden ist das auch quatsch da kann man sich halt nur fragen ist das haben die echt so ein tierisches logikproblem im kopf oder ist das einfach schicht gelogen ja weiß man nicht so genau so geht das dann auch munter weiter wenn nun die koalitionäre das kiffen durch kontrollierte abgabe von cannabis an erwachsene zu genusszwecken in lizenzierten geschäften ermöglichen wollen entsteht damit zugleich auch ein weitaus größerer bedarf an behördlicher überwachung kontrolle und weiterhin auch eine umfangreiche und nötige bekämpfung des schmuggels und des schwarzmarktes mahnt frank buckenhofer ja logisch entsteht der bedarf bei behördlicher überwachung ja ist ja das ist ja der sinn der sache hat man den laden endlich da den markt endlich überwacht damit genau mit dem selben argument könnten die ja sagen wir verbieten jetzt kaffee und brokkoli ja weil das muss ja auch die lebensmittelüberwachung irgendwie überwachen lauter behördenarbeit ja ganz furchtbar alles verbieten kann man sich das sparen also was ist das für eine logik unglaublich und gleichzeitig zu argumentieren dass genauso ein großer bedarf da ist den schwarzmarkt zu überwachen ja klar wird noch ein paar leute geben die illegal verkaufen haben ein paar verfahren noch aber auch keine 200.000 strafverfahren und ein paar 80.000 gegen konsumenten da fällt ja alles weg und so zu tun als wäre das genau derselbe auffahren ist auch totaler blödsinn naja geht weiter selbst die in deutschland legalen und streng kontrollierten produkte wie zigaretten oder wasserpfeifen tabak sind bei der organisierten kriminalität als lukratives deliktisches gut zum großen gewinn zur großen gewinnerzielung hoch im kurs bei cannabis wird das nicht anders werden also ja klar es gibt tatsächlich einen schwarzmarkt für tabak produkte weil die steuern auf tabak sehr hoch angesetzt sind mittlerweile das provoziert halt hohe gewinnspannen wenn man steuern nicht bezahlt und dann lohnt sich halt irgendwann auch ein schwarzmarkt das kann man steuern als staat ja muss man die steuer nicht so hoch treiben wenn man den ich haben will diesen schwarzmarkt aber der ist ja nur auch nicht so riesig markt ja vielleicht mal grob geschätzt habe nicht nach geguckt jetzt extra fünf prozent oder was des marktes ist vielleicht ein schwarzmarkt bei tabak oder müsste ja tabak jetzt verboten werden weil eben 100 prozent schwarzmarkt scheinbar besser ist laut gdp als fünf prozent schwarzmarkt also diese ganze unlogik wird noch schön irgendwie im detail nachvollziehbar erläutert und erklärt zum beispiel wird auch genau erläutert welche behörden was konkret tun müssen um eben eine vernünftige überwachung des cannabis marktes zu gewährleisten ja und gleichzeitig hat das irgendwie schlimm wäre kann ich jetzt nicht alles vorlesen dauert viel zu lange aber fazit noch mal kurz alles in allem wird in wird in solches vorhaben eine deutliche mehrbelastung für die zoll und polizei behörden aber auch für die behörden der lebensmittel und gewerbeaufsicht ich glaube da fehlt werb mögliche steuereinnahmen auf die immer wieder gern hingewiesen wird bieten nur einen noch größeren finanziellen anreiz für kriminelle beim zoll fehlen schon jetzt die einsatzkräfte zur wirksamen drogenschmuggel bekämpfung und zur bekämpfung der illegalen märkte mit grundsätzlich legalen produkten wie zum beispiel beim zigarettenschmuggel eine cannabis legalisierung würde diesen zustand verschärfen okay die wollen personal haben mehr wahrscheinlich statt eigentlich der ganze sinn die haben nur gesagt oh cannabis legalisierung wir brauchen mehr personal wir müssen durchsetzen und mehr stellen kriegen bei der bundespolizei und beim zoll und dann schreiben wir irgendwas dazu ja mal lassen praktikanten irgendwas schreiben hauptsache wir fordern mehr personal vielleicht läuft das einfach nur darauf raus naja jedenfalls dieses zeug hier schwadroniert eben polizist dass jetzt da so viel überwachung nötig wäre im legalen markt der 40 prozent seines arbeitslebens damit vergeudet hat ja kiffer zu jagen an der holländischen grenze völlig sinnlos und er sich jetzt beschwert dass da arbeit investiert werden soll um den markt zu überwachen dann ist wirklich unglaublich so was unlogisch ist auf einem so viel auf einem haufen haben wir wirklich selten gesehen können alle noch mal lesen ja zeigt hat eure oma und sagt ihnen das sind die argumente die polizei gegen die legalisierung hat weil das im fernsehen zu schnell geht da kannst du noch mal nachlesen ja faszinierend ja machen wir weiter mit der nächsten nachricht und zwar dass der marktplatz torres sich verabschiedet hat ja die sind die sagen einfach wir gehen jetzt der wird geschlossen und das ist einer der größten online plattformen für den handel mit cannabis in der eu sagt der standard jedenfalls aus österreich und soweit ist normal hier kein großes thema ja ich sage nicht ständig an irgendwo macht eine neue handelsplattform wieder auf und zu und so aber in dem fall ist interessant dass die von sich aus aufhören ja die haben einfach den verkäufern und kunden da und den verkäufern mitgeteilt dass sie jetzt da bald aufhören hat keine verkäufe mehr möglich sind aber sie lassen die plattform noch ein paar wochen online damit gelessen bestellung noch abgewickelt werden können vielleicht noch ein paar kundenkonflikte ja meine ware ist nicht angekommen dass die händler da noch mal schön irgendwie für ersatz sorgen können und noch mal hinschicken und so alles schön abgewickelt echte ehrenmänner ja die hauen nicht einfach ab sondern regeln das alles schön ordentlich da und gehen dann ja schon außergewöhnlich normal werden solche leute erwischt und die werden dann aufgehört ja und die hören nicht von alleine auf und jetzt gehen die scheinbar in rente mit ein paar millionen nehme ich mal an ja rente mit 35 so wenn wir schon dreimal genug dafür dann sind wir einfach auf so ja gehen wenn es dann schönsten ist so wie die merkel ja nicht durch eine wahl niederlage abtreten sondern auf dem höhepunkt der beliebtheit geht man dann und dann hat man halt irgendwie super image danach weiterhin toll ja und kann natürlich auch ganz andere gründe haben dass die doch vielleicht irgendwie den dazu heiß wird das ganze haben die gdp auf den versen oder so den hen bucke dings dann wird übel und dann sagen die hauen mal lieber vorher ab dann haben wir die taliban story das ist der letzte punkt schaffel 1 folge 3 ja ich habe die letzten beiden male hier schon die irre taliban story dolle geschichte erzählt wenn ich folge 1 und 2 noch gucken will ja der kann sich ja die letzten ausgaben angucken der hrv news oder noch besser mache hier pause jetzt dann guckte erst mal folge eins taliban folge zwei taliban dann wieder hier rein und folge drei und dann weiter gucken so ich mache nur deswegen nur ein ganz kurzes was bisher geschah ja weil die anderen wieder selber gucken da ist eine deutsche firma die hat mit den taliban ein deal gemacht dass für ein paar hundert millionen dollar in oder euro in afghanistan eine fabrik für cannabisprodukte aufgebaut werden soll und angeblich soll das jetzt vor allen dingen den armen menschen da in afghanistan zugutekommen den einkommen ermöglichen und so also richtig gut für die menschen und so und da muss man halt jetzt mit den taliban rumverhandeln weil das geht eben nicht anders und jetzt wundert sich diese firma dass das irgendwie dass die taliban da nicht anerkannt werden und diese geschäfte da nicht machen können soll das war jetzt der stand der dinge und jetzt hat der geschäftsführer dieser firma zielfarm in kurzform werner zimmermann hat eine pressemitteilung rumgeschickt ja die haben wir auch bekommen hat uns auch geschickt also scheinbar haben wir haben die uns auch mit auf dem fokus als nachrichtensender der über diese geschichte erzählt die weiß hat dann das aufgenommen hat mit dem man telefoniert sich das alles erzählen lassen und wirklich ausgiebigst und ausführlichst den hintergrund beleuchtet und jetzt würde man ja denken nach diesem ganzen theater in medien ja international hat auch gesagt er kommt kommen wir zum schlafen andauernd irgendwer anruft und so aus der ganzen welt da denkt man der macht jetzt schadensminimierung ja richtig so pr-fachmann mäßig und er sei falsch zitiert worden zum beispiel und taliban sind voll böse und die armen bauern da in afghanistan oder irgendwie so in der art ne aber ne der hat den deal mit den mit der alten regierung ausgehandelt das ist das einzige was vielleicht noch schadensbegrenzend ist er hat nicht erst als die taliban da angefangen haben angefangen zu verhandeln sondern auch mit der alten regierung schon drüber geredet oder mit den taliban halt einfach weitergemacht und da wird zum beispiel auch sagt er demnächst beim nach der legalisierung in deutschland deutschland mit den mit dem haschstab von den taliban versorgen und findet das ganz normal weiß gar nicht wieso sich die leute darüber aufregen und der soll auch ein monopol ausgehandelt haben da bei den taliban hat also nur seine firma letztendlich dann international mit haschstab aus afghanistan handeln darf ja unglaublich sehr lukrativ und man hat zitat aus dem artikel von weiß doch das scheint momentan in weiter ferne die vereinten nationen gaben anfang dezember bekannt die taliban regierung bis auf weiteres nicht offiziell anzuerkennen deshalb muss ich den innenminister dabei unterstützen mit jedem einzelnen land verträge auszuhandeln damit es überhaupt zu legalen geschäften kommen kann wir sind ja keine kriminellen sagt zimmermann will sogar jetzt gar keine illegalen deals da machen und taliban hasch einfach so durch die gegend schicken sondern richtig legal und er hilft jetzt den armen taliban die nirgendwo anerkannt werden dann eben einzelne verträge miteinander zu machen und so geht das die ganze zeit weiter ja problembewusstsein gleich null wenn es nach ihm gehe hätte die bundesregierung die neue afghanische regierung vom ersten tag an anerkennen müssen sagt er eine außenministerin die den moralfinger in den himmel streckt ist ungefähr das schlimmste was dem afghanischen volk hätte aktuell passieren kann also baerbock aber ich ja doch sagen die taliban sind schlimmer für das afghanische volk als baerbock wenn die auf die unterdrückung in afghanistan aufmerksam macht unter den taliban ja was ist jetzt schimmer also das doch irgendwie fragwürdig und dann geht es so weiter wirkliche gleichberechtigung wird in afghanistan nicht mehr zu meinen lebzeiten herrschen aber nicht weil ich die regierung unterstütze sagt der kollege zimmermann also schon ziemlich erstaunliche strategien in der krisenkommunikation nach dem mediendesaster in bezug auf seine firma ja läuft da hinten und sagt ja taliban was soll das aber habt ihr für ein problem mit denen naja es stehen noch mehr schräge sachen in dem artikel empfehle ich also wirklich nochmal zum lesen ich habe mich alles erzählt hier eine eine sache nenne ich noch dass der auch morddrohungen bekommt hat er erzählt von europäischen drogenbanden denen er jetzt da wohl im weg ist mit seinem deal wenn er in der quere kommen könnte ja also er lebt gefährlich der mann aber lest selbst und damit bin ich beim termin der ortsgruppe in rhein-neckar am dienstag 28 dezember die einzige ausgruppe die dieses jahr noch was macht zwischen den tagen dann unterwegs ist aber wir vom handverband hier sind noch unterwegs mit dem live stream nicht vergessen donnerstag 30 dezember nicht vergessen freitag 31 dezember keine dhv news erst wieder im januar also live stream gucken live spendengala und wer da nicht dabei sein kann darf auch gerne vorher schon spenden und auch gerne noch nachher das geht noch bis zum 15 ersten bis dahin wollen wir noch ein haufen geld zusammenkriegen damit wir nächstes jahr legalisierung kriegen und nicht modellprojekte das war's für heute bleibt dieses video habt schöne festtage hier ist ja weihnachten kanal abonnieren und glocke aktivieren das sind so die sachen die man so sagt am ende und damit wünsche ich euch noch einen schönen tag und einen grusamen abend bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020